Liebe Leute, schaut dieses Interview mit mir über Lemuren und Atlantis an. Denn die Erinnerung an Lemuren und Atlantis führt euch auch noch mal mehr zu euch selber zurück, zu eurer ureigenen Essenz. Und es klärt ganz viele Fragen betreffend dem, was damals passiert ist und wie sich das heute noch auf uns auswirkt. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Tschüss!